Hallo und Willkommen, mein Name ist Markus Warlich, ich bin Produktspezialist bei Sony und zuständig für die Funkmikrofone. Heute möchte ich euch einen kurzen Überblick zum Thema Firmware Version 1.2 geben und später werden wir noch ein bisschen was sehen über die Verbindung zwischen Yamaha und Sony über Dante. Lass uns gucken, was es Neues gibt in dieser Firmware. DWX-Serie kennt ihr alle, digitales Funkmikrofonsystem seit 2008 auf dem Markt, 19 Zoll Empfänger, mobile Empfänger, verschiedene Taschensender. Vor zwei Jahren haben wir die Version 3 vorgestellt mit diesem Mikro Bodypack und den neuen Receivern, die ihr hier im Rack seht. Aber es gibt immer neue Firmware, die ein paar super neue Funktionen bietet und die möchte ich euch gerne zeigen. Fangen wir mal an mit der Search-TX-Funktion. Seht ihr auf dem Bildschirm, wenn ich Search-TX drücke, dann fängt an, das entsprechende Display vom Sender zu blinken. Das ist super simpel. Man kann eben auch mehrere Sender auf dem Tisch liegen haben. Ihr kennt das alle, ihr habt euch mit einem Tape einen Raster gemacht, da liegen dann 50 Sender drin und wenn ihr die aus Versehen bewegt, dann sind die durcheinander und ihr könnt so ganz einfach suchen, welcher Sender gehört zu welchem Empfänger. Search-TX drücken und das Display vom Sender fängt an zu blinken. Das geht natürlich auch umgekehrt. Seid ihr am Empfänger, könnt ihr eben am Empfänger im Menü auch Search-RX aussuchen und dann fängt das komplette Display hier auf dem Receiver und der Kanal in der Software fängt an zu blinken. Das geht also in beide Richtungen. Super hilfreich, wenn man mal viele Sender hat und die aus Versehen durcheinander gewürfelt hat. Zweite Funktion ist im Spektrum Analyzer, den sehen wir hier unten. Da habe ich jetzt mal einen Scan gemacht, wo wir gerade sind. Man sieht, es ist eine Menge Neues unterwegs und wir sind hier mit den beiden Sony-Kanälen, Kanal 1 und Kanal 2 des ersten Receivers. Was hier neu ist, dass ich jetzt Scans überlagern kann. Ich kann mir also einen Scan speichern und ich kann auch einen Scan wieder aufrufen. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich hier mit einer zweiten Farbe die beiden Scans übereinanderlegen, die ich gemacht habe. Dann sieht das so aus. Und jetzt kann ich wunderbar sehen, was war in meinem Scan bei dem letzten Gig, den ich hier gemacht habe, was war beim letzten Setup und was ist mein Spektrum oder wie sieht mein Spektrum aus jetzt aktuell mit meinem aktuellen Scan. Da kann ich super gut vergleichen, was ist alt, was ist neu und dann kann ich meine Funkmikrofone dementsprechend umschalten bei den Frequenzen, wo ich halt eine Störung erkenne oder zu viel Neues erkenne. Dritte Funktion, die wir in der Software haben, kam zusammen mit der Version 3. Das ist dieses kleine Bodypack hier. Das läuft eben mit Lizium-Ionen-Batterie mit einer Wiederaufladbahn und dazu habe ich jetzt hier Charger, die ich sehen kann. Die stehen hier oben auf dem Display. Das ist der DWX-BC1, der Battery Charger 1. Und wenn ich jetzt das Bodypack da reinstecke, dann geht es aus. Und eine Sekunde später zeigt er mir eben im Display den Batteriestand an. Jetzt ist es 85%. Ich kann auch suchen lassen, wenn ich Blink mache, fängt das Display von dem Charger an zu blinken. Also ich kann auch, wenn ich schnell ein Bodypack suche, was möglichst viel Batterie oder hohe geladene Batterie hat, einen hohen Batteriestatus, dann kann ich auch das finden. Sehr simpel. Zweite Funktion ist, wenn ich mal im Urlaub fahre und ein paar Wochen weg bin, dann kann ich es auf Storage umschalten. Dann wird die Batterie auf 80% entladen oder bis zu 80% geladen, je nachdem wie der Status ist, der aktuelle. Und dann wird es mit einem ganz geringen Erhaltungsstrom sozusagen am Leben erhalten auf diesem Status, so ein Storage Mode, dass die Lithium-Ionen-Batterie eben möglichst eine lange Lebenslaufzeit hat. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit den Batterien, mit der NP-BX1-Batterie etwa 1000 Zyklen haben, bevor wir einen wirklich messbaren Verlust starten können. Also eine Standard-Lizium-Ionen-Batterie-Typ. Bei der Recharger dritte Funktion, die ich wichtig finde, ist der RF-Charge-Grapher. Den kennen alle schon. Ich mache den Sender mal an, dann kann man auch sehen, dass die Antenne kommt. Jetzt sieht man, geht die grüne Linie ab. Die grüne Linie ist unser Quality Level, also die Raw Data Rate von dem, was am Receiver ankommt. Und dann sehe ich in diesem Fall hier die beiden Antennen, nämlich Antenne A und Antenne B mit ihrem Level. Und wenn ich den Sender eben bewege, dann wird man sehen, dass sich der Antennen-Level dementsprechend ändert. Das kennen wir schon, das haben wir schon seit vielen Jahren. Was jetzt neu ist, ist, dass ich mehrere Sender gleichzeitig sehen kann. Wenn ich auf den Kanal 2 gehe und sage hier Add Chart, dann sehe ich eben beide Kanäle werden hier angezeigt. Eins und zwei. Und ich kann auch miteinander vergleichen. Das geht bis zu elf Kanälen. Ich glaube, elf kann man nicht mehr so ganz mit dem Auge beobachten. Aber fünf oder sechs für die Main-Protagonisten auf der Bühne macht es Sinn, alle gleichzeitig beobachten zu können. Denn das ist die zentrale Anzeige. Wenn hier Datenpakete fehlen, dann sehe ich das in einem Drop der grünen Linie. Und dann weiß ich, dass ich reagieren muss. Das ist eigentlich die entscheidende Anzeige für den Benutzer oder für den RadioMic Operator. So, dann gibt es noch den Simple Status Viewer. Der ist hier. Das ist eine Möglichkeit, sich den Kanal in einer völlig anderen Ansicht anschauen zu lassen. Und was Neues ist, dass ich den Simple Status Viewer jetzt eben auch in ein externes Fenster schieben kann. Zum Beispiel auf einen zweiten Bildschirm. Dann kann ich den noch skalieren. Das kann ich mit einem externen Bildschirm machen. Also ich kann ja bei Sony bis zu sechs PCs ins Netzwerk einbinden. Ein PC steht zum Beispiel neben der Bühne und zeigt nichts anderes als dieses Bild. Und jetzt kann jeder sofort sehen, wie ist meine Quality Level, wie ist mein RF Level, wie ist mein Batteriestatus. Rauf auf die Bühne. Auch mit dem Audio Status kann ich sehen. Also ich habe einen extrem schnellen Überblick über das, was gerade mit meinem System passiert, ohne auch wirklich Techniker sein zu müssen oder Funkmikrofone zu verstehen zu können. Ich sehe, wenn Audio grün ist, wenn Antennen Level da ist und wenn Quality Level da ist und weiß, mein System ist in einem vernünftig arbeitenden Zustand. So, ich lege den Simple Status Viewer wieder hier unten zurück in die Leiste mit den verschiedenen Writers. Letzte wichtige neue Funktion ist die Anzeige der Restlaufzeit. Bei dem neuen Mikro Body Pack, dem DWT-B03R, benutzen wir wie gesagt eine Lithium-Ionen-Batterie. Eine Sony NP-BX1 ist eine Batterie, die in jedem Photoshop der Welt bekommt für 30 Euro. Bitte benutzt die Original-Sony-Batterie. Es gibt verschiedene Derivate, die in Action-Cams oder in kleinen Fotoapparaten eingesetzt werden. Die erreichen aber nicht die Laufzeit, die wir mit der Original-Sony-Batterie erreichen. Es macht also Sinn, die zu benutzen. Und da können wir jetzt eben auch die Restzeitanzeige hier oben anzeigen lassen. Also ich sehe die Restlaufzeit der Batterie. Das ist auf, ich sage mal, minus 15 Minuten. Es läuft so 10 bis 15 Minuten länger, als die Anzeige ist. Das ist auch sehr exakt, weil wir Strom und Spannung messen. Also es wird der verbrauchte Strom und die anliegende Spannung. Und damit kann ich sehr genau berechnen, welche Energie in meiner Batterie noch drin ist und wie lange die dann noch halten wird. Das kann man sehen, wenn ich jetzt hier das Display ausschalte, was immer an ist oder was ich auf immer angeschaltet habe, damit ihr das sehen könnt. Dann kann ich sehen, wenn ich auf Auto-Off gehe, dass gleich die Batterielaufzeit etwas hoch gehen wird, weil das Display aus ist. Also es ist eine sehr genaue Anzeige. Meine Erfahrung ist immer so, plus 10 Minuten, plus 15 Minuten kann man dazugeben, wenn die Batterie-Restanzeige anfängt zu blinken, weil wir Battery-Low-Warning haben. Eine weitere Funktion, die ich euch gerne zeigen müsste, ist momentan erst im Receiver implementiert, wird aber später auch in die Software nachrücken. Finde ich aber sehr wichtig, die schon mal zu zeigen. Also es geht um eine Auto-Output-Swap-Funktion. In dem Moment, wo ihr Protagonisten auf der Bühne habt, die zwei Bodypacks oder zwei Sender in der Hand haben, also einen Ersatzsender sozusagen, das ist dann in der Perücke oder am Gürtel oder irgendeinem Kostüm, macht es Sinn, dass der Kanal 1 vielleicht euer Hauptmikrofon ist und das Kanal 2 euer Ersatzbodypack. Es muss ja nicht immer nur ein HF-Problem sein, es kann auch ein Mikrofon-Problem sein, Kabel kaputt, Kapsel verrutscht oder Wasser in die Kapsel kommt oder Schminke oder irgendwas. Auf jeden Fall stellt ihr fest, dass der Ton nicht mehr optimal ist und dann soll natürlich der gesamte Signalweg nachher identisch sein wie vorher. Also über welchen Kanal es ins Pult kommt, bei welchen Kanal es vielleicht auf Dante rausgeht, über welchen Kanal es in den Ü-Wagen geht. Das soll alles gleich bleiben. Also macht es Sinn, die Ausgänge am Receiver zu tauschen. Dann bleibt natürlich der gesamte Signalfluss in der gleichen Position, aber trotzdem habt ihr das Ersatzbodypack dann in Benutzung. Kann man ganz einfach am Receiver einstellen. Ihr geht auf Utility, in Redundancy und dann in die Autos Web Function und dann auf On. Das war es schon. Ihr könnt die beiden Ausgänge natürlich beobachten über die Quality Level hier oder auf der Software. Ihr könnt sie aber auch über den Mikrofon-Ausgang natürlich anhören. Dabei fällt mir ein, dass der Mikrofon-Ausgang Dante gesteuert ist. Also ihr könnt jeden Kanal im System abhören über die Monitor-Taste. Wenn euch dann der Kanal 1 nicht mehr gefällt, dann drückt ihr einfach die beiden Jog-Dials für eine Sekunde. Und dann sieht man hier, dass der Kanal 1 auf einmal aus dem Output 2 rauskommt und der Kanal 2 auf dem Output 1 rauskommt. Das passiert, indem wir auf der RF-Seite umschalten. Also Dante, digital und analog werden völlig knackfrei und geräuschfrei umgeschaltet. Ist die Situation vorbei, vielleicht nach der Pause oder nachdem ihr einen Einfluss auf das Mikrofon habt, könnt ihr jederzeit wieder zurückschalten. Diese Funktion ist auch in der Software farbliche Kennzeichen, sodass ihr sie in Wireless Studio auch direkt sehen könnt. Ein weiterer Punkt, den ich für ganz wichtig halte, ist unter Rx. Ihr könnt hier natürlich einen Active Channel machen, ihr könnt einen Clear Channel Scan machen, aber es gibt jetzt auch die Funktion Spektrum Analyzer. Wenn ihr die einschaltet und sagt Start, dann ändert sich das Display und zeigt ein Spektrum Analyzing an. Und ihr seht, in 125 Kilo hat es Schritten durchgescannt, den Frequenzbereich, die Gruppe oder den Subkanal, den ihr vorher gewählt habt. Ich habe jetzt hier Kanal 38 gewählt und jetzt scannt ihr mir den komplett durch und zeigt ihr mir den an. Und das sind zwei Kanäle, nämlich die beiden Podipacks, die ich gerade benutze. Ihr könnt dann mit dem Cursor zu irgendeiner Frequenz gehen, die ihr für richtig haltet. Übernehmt die und könnt jetzt per Cross-Remote eben diese Frequenz dem Sender zuordnen. Und jetzt seht ihr, dass der Sender auf der neuen Frequenz bereits arbeitet und funktioniert. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen der neuen Firmware Version 1.2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.